Hey Internet und YouTube, wir sind wieder an dem ominösen Punkt, wo wir rauf können oder hier durch. Wir gehen jetzt mal hier durch, vielleicht locken wir sie. Ich hätte sie von oben rauslocken, so, eh, keine, whatever. Oh, meine Leiche, wunderbar, hier ist noch irgendwo der Polizeityp, richtig? Hi! Vielleicht möchte er in eine Mine rein. Ich muss ihn nur irgendwie in eine Mine lotsen. Das wäre super. Komm hierher! Hier bin ich! Yes! Yes, hier gab es eine Explosions! Yes! Yes, er ist reingelaufen. Halleluja! Halleluja, das spart mir Zeit mit dem Typen. Alles wird gut. Ich muss hier wesentlich mehr scannen. Wer weiß, wie viele tausend Minen hier sind. Sieht gut aus hier, sieht gut aus. Gut, ich hatte ohnehin nichts. Das beruhigt mich. Nicht, dass das irgendwie besonders gut wäre von mir. Hier, ja gut, hier sieht es wesentlich höher aus, als, äh, von oben. Von unten sieht es höher aus, als von oben. Der Sprung. Da ich ja wirklich gar nichts hatte. Wer schreit denn hier? Oh-oh. Was ist das für die Roche? Komm da hinten mir was? Oh, shit. Fuck! 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 Mama! Mehr Minen! Wo sind wir denn jetzt? Ich warte doch auf euch! Geh mich doch mir nachlaufen! Oh, shit! Da ist einer! Wo ist er denn jetzt? Oh, bin ich viel zu schnell für die Typen? Ah, shit! Ich hab Angst, dass mich da eine Explosion erwischt. Da ist er, jetzt geht er wieder zurück! Hey! Hallo! Hey! Puh! Wie sauer du drauf bist! Oh! Oh! Wir werden das schon regeln, wir zwei, nicht wahr? Wir können das auch ohne Mine regeln. Zwischen Mann und Zombie. Geil. Stammt aber noch der große Typ. Der macht mir wesentlich mehr Sorgen. Generell gesehen. Nein! Nein! Der hat mich verloren, oder? Komm doch, noch ein Stückchen ums Eck. Okay, da bist du, da bist du, da bist du. Oh! Da gab es eine Explosion. Ah, Halleluja, die Musik ist auch weg, du. Die hat mich gerade auch fertig gemacht, du. Ähm, so, so soll es sein, Lady. Ey, warum nicht die Minen ausnutzen, oder? Exakt, warum nicht die Minen ausnutzen, das finde ich auch. Und da ist noch irgendjemand hier, der, hm, gescannt werden möchte. So, das bedeutet, hier, Dietrich oder was? Nee, komplett verschlossen, okay. Ah, Jesus Christ, wie viele Zombies! Hey! Oh ja, so war es, flippen wir! Tankstelle ist da hinten. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, sie ist verschlossen. Geht's hier rechts rein? Wenn jetzt wieder einer nachkommt, bin ich, äh, im Popo. Oh, nein! Nein, nicht so einer! Nein, nein, nein! Mr. Explosions! Ich muss denn anders loswerden, Mr. Explosions! Oh Gott, siehst du mich? Oh, wie viele hier hinten sind! Oh, wie viele hier hinten sind! Hier war nichts! Hier war keine Explosion! Oh, shit! Fuck! 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 Wir können das mit der Mine nochmal machen, sicherheitshalber! Mann, 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 Mann! Wie viele Mine sind hier noch? Möchtest du dann hier... Okay, hier ist noch eine. Komm, genau hierher! Hoffentlich trifft ihr mich nicht. Ja! Ja! Das war... Auch die letzte Mine hier... Na, es gibt noch ein paar. Die letzte trete ich wahrscheinlich rein. Das sehe ich doch schon kommen, nicht wahr? Was ist denn jetzt... Wo kommt der her? Ach, die haben... Dem Typen haben sie ja genascht. Und überlöst. So, hier war da noch ein Typ. Was ich denn nicht sinnloserweise geschossen habe. Okay, erledigt! Wunderbar! Wir sind... Ah, da ist alles, alles leer! Warum sollte auch was drin sein? Warum denn auch, hm? Ich meine, mit solchen Spoppernadeln brauchen wir gar nicht das anfangen, dass ich hier auch was bekomme in diesem Spiel. Wo denken wir dann hier noch hin, hm? Okay, da war die Nummer zwei und... So. Der ist am Öffnet-Dich. Oh. Nach oben ist immer gut, richtig? Oben ist... Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall besser als unten. Ah, hier brauche ich schon wieder einen Code! Was sind denn das für komische Zeichen hier? Seht ihr das? Seht ihr das jetzt? Ah, hier. Ein bisschen. Was sind denn das für ein Gekritzel hier? Ach, da war was hinten noch drinnen. All right. Können auch noch einen Schritt hoch gehen. Oh, beziehungsweise eine Leiter. Ein Schritt, Leiter. Ein Leiterschritt? Ihr wisst genau, was ich meine. Irgendwo wieder ein Codezeichen sein, oder nicht? So, viele Zombies hier unten. Ähm... Du markierst den Raben. Oh Gott, warum nicht? Warum nicht? Die Frage ist, gibt es hier irgendwo den Code dafür? Oder? Also kann ich ihn finden? Oder noch nicht? Maybe. Baby. Ey, da ist doch noch ein... Noch ein Kandidat zum Scannen hier. Die drüben auch noch. Hier sind ganz schön viele Kandidaten. Also für meinen... Wow, 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 wow. Oh! Da kommt jemand die Leiter hoch. Das ist überhaupt nicht breckelnd. Nee. Nee, 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 nee. Das war... Das war jetzt... Oh. Oh! Oh, schlafen. Erholung. Und, äh... Sonst gar nix. Na gut, ich möchte da nicht undankbar sein. Oh, aktivieren. Wir können hier irgendwas, äh... Ne? Irgendwas aufmotzen. Ja, da wird die Pistole häufig kommen. Ja, ja, ja. Ach, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Geht. Oh, ich hab nichts mehr für die... Für die Pistole zum Aufwerten. Nop-i-di-nop. Das ist ja super. Draußen brüllt ein Zombie und ich leg mich hin! Ist das eine gute Idee? Ich glaube, das ist eine hervorragende Idee. So, das bedeutet, ich muss hier runter, hm? Wow, ich hab überhaupt kein, äh... Absolut kein gutes Gefühl bei der Sache. Wie zum... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ist der nervös, der Typ? Ist der nervös, der Typ? Kommt die Leute hoch? Okay, wo ist die Tankstelle genau? Hier drüben ist der Eingang. Und die kleine Lampe drüber flackert. Oh, Jesus Christ. Habe ich irgendwas zum Werfen? Eine Ablenkung? Nein, habe ich nicht. Okay, ich habe nicht die geringste. Kann ich irgendwas anschießen, was hier ablenkt? Nop-i-di-nop. Und wo ist hier offen überhaupt? Auf welcher Seite? Ist komplett verriegelt. Der Typ hat dicht gemacht. Aber hier ist noch ein Spucker. Könnte mir hier irgendjemand helfen? Wir sehen uns das mal an. Wir gehen hier runter. Ich habe nicht die geringste Idee. Also nicht die geringste Idee. Wenn ich was... Wenn ich was zur Ablenkung hätte, könnte ich was schmeißen. Habe ich aber nicht. Wenn die hier alle nervös werden. Wo? Wo? Frage ist, ob noch jemand... ...nervös wird oder nur sie gerade. Das ist Munition. Ist jetzt aber auch nicht... ...die Rettung, die ich mir erhofft habe, meine Gute. Shit. Wenn ich irgendwas hätte, wo sie alle hinlaufen würden, wisst ihr? Kann ich wenigstens einen kurzen Moment innehalten und schauen, wo... ...wie ich hier am besten reinkomme. Fuck. Fuck. Kommst du oder kommst du nicht, mein Freund? Kommst du oder kommst du nicht? Oh Gott. Oder kommst du hier nicht vorbei, oder was? Kein Mitleid mit dir. Oh, wie er sich abstrampelt, hm? Hey, du musst leise sein. Du weckst die anderen auf. Oh, du bleibst hier stecken. Shit. Das ist gut, das ist gut. Bleib hier stecken. Rauch leer. Wahnsinn. 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 Der liegt hier nur. Der geht. Die da drüben lässt sich einfach nicht von mir scannen. Die Kleine, die ist unscannbar. Unscann believable. Hier ging schon jemand drauf. Kein Wunder. Vielleicht können wir den hier in Ruhe noch machen. Bevor die anderen irgendwie drauf kommen, was hier abgeht. Leise schreien. Leise, mein Freund. Leise. Du auch leise. Okay, gut, gut. Sie sollte wirklich auch leise schreien. Muss ich schon, äh, muss ich so sagen. Ich komm hier gar nicht rein. Hier gibt's auch die, oh, hier ist, oh, 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 what? Ist das einfach nur ein anderer Weg? Wäre das einfach nur ein anderer Weg gewesen? Sieht's aus von der Seite. Na gut. Keine Panik jetzt. Keine Panik. Wir haben einen Spucker. Hier haben wir noch einen. Und hier steht dann noch, oh, hier sind zwei. Der kann ein paar gute Sachen drin haben in seinem Rucksack. Einer von euch. Hast du mich gesehen? Okay, das ist gut. Komm nur du. Komm nur du. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Keine Panik, keine Panik. Oh, wow. Ein gekannter zweiter Schlag. Und hier hab ich was zum Schmeißen. Und jetzt hab ich was hier. Die Frage ist, der kommt wieder her. Hab ich genug Zeit, um den hier? Ich hoffe es. Ah, shit! Shit, shit, shit. Fuck, 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 verdammt. Jetzt hab ich noch Energie eingebüßt. Da hat ja gar nichts Vernünftiges dabei. Der Typ hat ja doch gar nichts. Ein Molotow-Cocktail, na gut. Sag ich ja nicht nein. Oh, hier ist zum Öffnen. Und hier ging er drauf. Der Arme. So knapp davor, hm. Okay, wir sind hier. Wir schließen. Wir sind drin auf jeden Fall. Wir sind drin. Und wir gehen rein. Betreten. Halleluja! Sequenz. Bitte, kommen Sie rein. Hier sind Sie sicher. Was gibt's Neues? Sie waren so lange fort. Nein. Nein. Weine nicht. Es ist nicht deine Schuld. Wer sind Sie? Wo ist mein Sohn? Dad? Kommst du mal bitte? Ich komme, Junge. Ich komme. Nun, sei ein guter Junge. Hilf deiner Mutter. Mach schnell. Sie braucht die Antibiotika. Und vergiss den Schlüssel nicht. Haben Sie keine Angst. Oh, doch. Was zum Teufel? Suchmedizin. Ich bin doch gerade erst hier reingekommen. Ich verlasse hier gar nichts. Oh, wow. Aber der Kreativ hier verbarrikadiert nochmal. Was man eben so hat, ne? Oh, jetzt muss ich wieder raus. Ne, 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 ne. Tausche Medikamente gegen Sprit. Ah, ich see. Ach, komm, Kumpel. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Lass mich doch hier rein. Einfach. Ich muss es tatsächlich wieder verlassen, oder wie? Warte, wo ist der Sprit? Ja. Ist das dein Ernst? Sprit gegen Antibiotika? Verdammt, das ist dein Tod. Hörst du? Ich weiß. Bin ich auch absolut deiner Meinung? Jetzt muss ich den ganzen Weg zurückgehen. Ist das etwa? Öffne den Zugang zu Baconfields. Ich muss tatsächlich der gute Kumpel. Der nicht so ganz gut ist. Das muss man zugeben. Okay, wie komme ich jetzt an? Warum schaue ich überhaupt in die Mülltonnen rein? Warum? Niemand weiß das so genau. Chicken, Burgers, Döner. Nichts für Zombies. Muss man zugeben. Nichts ist jetzt nichts für Zombies. Wie kann man ein Geschäft eröffnen in einer Zombie-Apokalypse mit Chicken-Burger und Döner? Okay, ist das das Menschenfleisch? Maybe. Das wäre doch eine Option. In der Zombie-Apokalypse Zombie-Burger verkaufen. Also Menschen-Burger. Aber wie bezahlen sie? Tja, das ist jetzt wieder eine interessante Frage. Okay. Okay. Gesundheit ist wieder da. Alles ist halb so schlimm, richtig? Ich glaube, es ist noch viel schlimmer. Okay. Ich brauche irgendwo diesen blödsinnigen Zugang jetzt. Wo auch immer der war. Wo auch immer das mit dem... Okay. Jesus Christ. Wo ist denn... Muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg? Habe ich irgendwas verpasst? Vor allem würde ich die Abkürzung finden. Die wäre schon echt super. Okay. Aber es ist ja kein Zombie jetzt gerade hier, richtig? Aha! Aha! Ähm... Aha! Ähm... Na, ich sag mal. Aha! Wenn man es öfter sagt, wird es immer besser. Mit jedem Aha... Öffnet sich... Jetzt ist diese Tür offen. Okay. I see. I understand completely. Ich hoffe zumindest, dass ich es completely understand. Nicht, dass sich dann wieder andere Wege komplett geht, wo es das wäre. Ungünstig, meine Damen und Herren. Bacon Fields. Au. Aber es sieht doch... Hm. Keine Ahnung. Beten. Beten. Das ist immer hier die gleiche Stelle, wo es... ...strange Abkürzungen gibt. Sehr verwirrend. Für mich. Für meinen kleinen Geist. Oh, Ladevorgang! Of course! Ob wir wirklich richtig stehen? Hey, dieser Kindergarten sieht gar nicht wie eine Todesfalle aus, oder? Es ist noch nicht zu spät, einfach die Tankstelle zu stürmen. Na, meinetwegen. Es ist deine Beerdigung. Sehr witzig, mein Freund. Sehr witzig. Erreiche den Kindergarten. Oh, Mann. Sind denn Kinderzombies drin? Das wäre natürlich... Sehr interessant. Der stirbt? Nicht mein Problem. Was willst du überhaupt mit der Tür? Du wolltest doch sterben, oder? Was redest du? Ich hab nur gescannt. Mach mich jetzt nicht wahnsinnig, mein Freund. Ich muss... ... zum Kindergarten... ... anscheinen. Und wir... ... sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Tütütütüt. Macht's gut. Tschüss! Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt